Herzlich Willkommen zurück meine lieben Freunde zu Angry Birds Star Wars. Ich hatte eine kleine Pause, ihr nicht? Aber sollte somit gestärkt ins Rennen gehen und ich habe ja schon wieder ein goldenes Ei übersehen. Let's playt ihr es doch mal und sprecht nebenbei und konzentriert euch auf alles gleichzeitig auf dem Bildschirm, ja? Und dann redet drüber, wer blind ist, ja? Schaut euch das mal an. Wenn man da nicht wegzoomt, erkennt man doch da nix. Und wie komme ich da jetzt bitte ran? Ernsthaft, wie komme ich da ran? Wie soll das denn funktionieren bitte? Jetzt mal ohne Scheiß, wie soll das gehen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ist ja schön und gut, aber anstatt euch zu beschweren, dass ich ein goldenes Ei übersehe, könntet ihr am besten auch gleich mal dazu schreiben, wie man es denn holt, weil ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn da machen? Wie soll ich denn da unten, da unten? Wie soll ich denn da rankommen? Wie soll denn das gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere da jetzt auch gar nicht lange rum, schreibt es mir in die Kommentare, aber ansonsten geht hier gar nichts. Wir machen jetzt weiter mit Level 24. Oh Gott, dann sieht man schon wieder nach so viel Glück aus. Habe ich ja wahnsinnig Lust drauf, muss ich zugeben. Oh, das war ja, das war heldenhaft. Das machen wir gleich mal wieder zurück hier. So, mal sehen, was da jetzt so passiert. Ah ja. Das war ja nicht so geil. Also mit zweien sollte man es auf jeden Fall schaffen. Oh, da geht er viel zu weit. Hilfe. Weil mit dem zweiten, da habe ich ja schon... Ich kann mit dem ja noch gar nichts... Das geht ja schon gar nicht mehr. Also... Der fliegt ja viel zu weit. Heißt das, ich muss die Macht etwas einfach nur ein bisschen früher einsetzen? Okay, das war zu früh. Ja, das war schon mal besser als sonst. Nicht wirklich geil, aber besser. Okay. Tja, die Frage ist nur, was soll ich dann jetzt noch machen, nachdem ich das habe? Ah, warte mal. Das da sieht da verdächtig aus hier. Dieser, dieses letzte Ding da. Dass ich mit denen irgendwie was machen soll oder so. Ja, schau mal an. Das war mal gar nicht so scheiße. Das allerdings schon. Das geht viel zu weit weg. Ich schieße jetzt mal auf das letzte. Und dann sag mir das mal, was da passiert. Naja, naja, okay. Vielleicht ist ja der Trick, einfach mal das von hier zu machen. Weil wenn ich immer hoch schieße... Naja. Man schießt sich nämlich immer so ein bisschen nach oben. Ja, und dann habe ich schon wieder die Arschkarte gezogen. Okay. Ach, das ist... Also, das ist schon schwer. Ja, toll. Da geht auch nur eins kaputt. Was ist denn das? Selbst wenn ich die Macht nach unten mache, fliegt er immer noch viel zu weit. Aber... Schon mal besser. So, richtig schön nach unten. Ja. Okay. Das ist doch gar nicht mal so übel. Schau mal einer an. Da habe ich jetzt glatt was gerissen. So, und jetzt noch die zwei. Irgendwie. Scheiße. Aber hey, ich hätte sie jetzt immerhin schon mal geschafft. Das ist ja schon mal etwas. Das ist mit 79.000 Punkten aber schon echt scheiße. Und da muss ich sagen, da reizt es mich, das nochmal zu machen. Weil ich glaube, das schaffe ich mit zwei. Okay, das war scheiße. Weil ich hier mit dem ersten jetzt eine echt geile Taktik gefunden habe. Der erste... Also, einer von den Steinen muss da hinten landen. Dann, glaube ich, ist hier richtig gut was möglich. Ah, der war wieder etwas zu weit, ne? Ja, es ist ja schön, dass die zwei jetzt kaputt sind. Aber der wird nicht den Rest erledigen. Nein, wird er nicht. Okay. Ah, da. Angry Birds. Oder es sollte heißen Lucky Birds. Ganz ehrlich. Das ist einfach viel zu krass. Ah, jetzt komm schon. Ah, der war wieder zu weit. Ich habe mit dem ersten gerade eben vorhin echt gut was weggemacht. Ja, ja. Schau mal an. Das war jetzt auch gar nicht so scheiße. Jetzt komm schon. Ach, scheiße. Tja, schade. Ich würde sagen, dann lassen wir das lieber. Weil ansonsten brauchen wir hier viel zu lange. Oh, der wäre auch beinahe nochmal ganz geil gekommen. Da gibt es zu viele Möglichkeiten. Keine Ahnung, wie man die am günstigsten einsetzt. Oh, schade. Wäre der noch runtergefallen. Das wäre es gewesen. So eine Scheiße. Na gut, ich lasse es lieber. Mach mal lieber Level 25, damit wir hier mal weiterkommen. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Oh, Darth Vader. Da oben ist Darth fucking Vader. Boah. Okay, das hat ordentlich Wumms gemacht. Ach, du Scheiße. Wo setze ich denn da was ein? Ach, du Scheiße. Die Teile schweben alle in der Luft. Das ist ja übelst krass. So, jetzt hätte ich hier noch schön den Aufteilen vorholt. Aber das bringt mir leider überhaupt nichts. Ach, du Scheiße. Und Han Solo soll es jetzt richten, oder was? Na, ich weiß ja nicht. Da unten lebt vor allem auch noch einer. Ähm, puh. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier am günstigsten anfange. Soll ich vielleicht mit dem nochmal da oben ordentlich... Na ja, na ja. Ich glaube eher, die sind dafür gut. Ach, du Schande. Ich habe keine Ahnung, was die gut sind. Okay, nee, das prallt mir zu viel ab. Ist zwar jetzt einiges kaputt gegangen. Ähm... Ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn ich... ...das hier als erstes mache. Als nächstes versuche ich da unten das TNT zu treffen. Na, da geht mir auch viel zu wenig kaputt. Dann hätte ich ja irgendwie gesagt, dass ich die Dinger da... Das nützt mir alles rein gar nichts hier. Ah, wartet mal. Ich sehe hier schon. Ich sehe hier schon. Das ist mir jetzt dann direkt mal ganz klar. Ja, okay. Das fällt in sich zusammen. Dann kümmert sich der hier um den Spaß. Scheiße, jetzt habe ich die Macht ganz schön schlecht eingesetzt. Das fällt nicht um. Nee, dann muss ich es nochmal machen. Und das war auch schlecht. Weil wenn, dann muss der Erste da auch noch drauf gehen. Ich meine damit den da unten. Ja, genau so. Dann mache ich jetzt mit dem einfach mal hier nochmal. Dann die Macht setze ich da drüben ein. Ah, schade. Da hättest du den noch getroffen. Das wäre geil gewesen. Na, mit dem setze ich dann... ... einfach mal... Oh Gott! Die erwischt einfach gar keine mehr. Aber ich sehe schon, ich muss dann da drüben hinschießen. What the fuck? Und dann bringt das gar nichts? Ach, du liebe Zeit. Es bringt gar nichts. Ach, du liebe Zeit. Okay, okay, okay. Komm, komm. Ach, das ist das Geheimnis. Ach, so ist das. Wenn er stirbt, dann... Ah, okay. Also war es, glaube ich, ganz gut, was ich da gemacht habe. Soweit ich mit der Macht auf jeden Fall arbeiten müssen. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich schieße. Ich will das einmal ausprobieren, weil ich ja nicht weiß, ob das richtig ist. Komm, fall da drauf. Okay. Das ist ja mal echt interessant. Oh Gott, das war ja mal ganz schön schwach. Na, egal. Naja, ist eigentlich nicht egal. Ne, wartet mal. Es ist gar nicht egal. So, dann machst du hier mal Chewbacca hier ordentlich. Boah, das wäre geil, wenn der jetzt auch noch explodieren würde. Komm, mach irgendwas. Geh kaputt oder so. Na, egal. Ne, es ist ja eigentlich nicht egal. Das muss ich nochmal wiederholen. Scheiße. Weil eigentlich... Habe ich jetzt das erwartet, dass ich hier einfach nur geil schießen muss. Dass er nicht auf seinen Helm geht, sondern da unten. Weil ich glaube, das könnte nämlich auch nochmal ganz gut explodieren. Und dann fällt nämlich... Naja, das ist auch schon Wursch. Das ist ja der letzte Vogel. Ah, ich verstehe nicht. So, und du musst jetzt wieder hier rein. Und dann irgendwie ihn wieder treffen. Das wäre halt am geilsten. Ja, 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 ja. Nein. Schade. Ich dachte, ich würde es schaffen. Und jetzt muss ich nochmal kurz versuchen, ob ich jetzt hier irgendwie geil schießen kann. Ja, genau so. Und jetzt geht der kaputt und dann fällt der Rest runter. Aber... Gibt genauso viele Punkte. Wenn nicht sogar weniger. Na, dann weiß ich es auch nicht. Dann werden das hier alles nur noch einstellen leveln. Wir kommen mal zu einer neuen Sequenz. Das Duell. Das Duell. Obi-Wan gegen Darth Vader. Und was jetzt? Jetzt kann er sich aufladen und noch eine bessere Macht machen. Oh ja, scheinbar. Ich kann ihn werfen. Und dann macht er einfach nur noch eine bessere Macht. Ja, okay, von mir aus. Testen wir gleich mal aus. Hat das jetzt mehr Radius, kann es sein. Ich teste das mal kurz. Na gut, nee. Scheint einfach nur doppelt zu sein. Also... Wirklich nur, als wäre es doppelt so stark. Ja, schön aufs TNT. So wollte ich das. Und den Rest dann irgendwie hier schön nach oben. Oh, zu spät gedrückt. Sorry. Viel zu spät gedrückt. Ansonsten wäre das sicher ganz geil gekommen. Es geht nicht kaputt. Ach, so eine Scheiße. So und... Naja. Naja. Das ist noch verbesserungswürdig. Ich würde sagen, so wie ich anfange, ist recht gut. So, dass halt... Ja, genau. Der muss kaputt gehen. So, und jetzt du. Ne, da geht viel zu wenig kaputt. Okay, dann... Naja, selbst mit dem einen kann ich dann nichts mehr anrichten. Dann würde ich sagen, gehe ich doch gleich mal hier hin. Und schaue, dass ich ja alles irgendwie nach oben... Ah, das fällt dann auch noch zusammen. Die gehen auch noch kaputt. Das ist ja mal ganz gut. Die Frage ist... Oh, super. Danke, Kamera, dass du mein Ding verschiebst. Und mir so gleich alles kaputt machst. Das ist ja schön und gut hier. Aber... Nachdem der da oben noch so saublöd hängt... Dann geht auch noch der da oben kaputt. Ja, und was... Ja, gut. Den letzten schießen wir halt jetzt ab, ne? The fuck? Kann das Ding gar nicht kaputt gehen? Können die gar nicht runterfallen? Ach, du Scheiße. Oh, genau. Wartet mal. Der wird getroffen hier mit dem ersten. Das schaffe ich mit zwei Birds. Erzähl mir nichts. Ja, also. Genau. Aber jetzt darfst du nicht in die falsche Richtung fallen. Super. Mal sehen, ob es trotzdem hinhaut. Ach, komm. Ach, komm. Nein. Nein. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich will, dass der... Ich will, dass der oben mit dem ersten Bird kaputt geht. Das kann ich schaffen. Jawohl. So, du fällst auch noch in die richtige... Richtung. Twist. Gut. So, und jetzt kann man eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen. Außer... Es geht nicht kaputt da hinten. Ah, ich werde nochmal ansiedeln. Geht der Scheiß wirklich nicht kaputt? Ah. Also da muss ich sagen, da bin ich gewillt, das einfach besser zu machen, weil ich sehe, dass ich weiß, wie es geht. Ich halt jetzt nur noch das nötige Quäntchen Glück brauche. Okay, der war nicht so schlecht. Komm, der war echt nicht so scheiße. Jetzt lassen wir uns damit machen. Boah, ist das alles... Ach Gott, was ist das so eine Scheiße? Ja, du hättest ruhig den anderen... Das andere Schwein noch mitnehmen können. Ja gut, jetzt hat... Bleibt hier wieder alles hängen. Ist mir jetzt aber egal. Gehen wir hier ganz weit rein und dann ist hier viel zu wenig Macht unterwegs. Also so viel besser finde ich den neuen Obi-Wan. Das war echt nicht, Leute. Muss ich mal sagen, ne? Was ist, wenn ich gleich hier ganz, ganz nach oben gehen würde? Das reißt eigentlich nicht wirklich was raus, ne? Nein. Das reißt nichts raus. Geil, dass es TNT noch nicht mal kaputt geht. Ich will das jetzt noch schaffen. Ja, ansonsten wäre das einfach witzlos für mich. Ja, an dem Level habe ich jetzt... In der Folge habe ich jetzt wenig gerissen. Vor allem was die Sterne angeht. Deswegen will ich jetzt wenigstens noch ein bisschen was schaffen. Komm schon, warum geht denn das jetzt nicht kaputt? Oh, das TNT da hinten noch ist ja nie ein Problem. Und jetzt, wo es ernst wird, kriege ich es nicht gebacken. Oh Mann, ey. Komm, jetzt. Die sind hier wieder nicht kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ohne Witz. Das ist ja schon wieder unendliches Pech, was ich hier habe. So, richtig schön rein und in die Fresse, meine Güte. Geht doch. Und jetzt geht der da oben nicht kaputt, oder was? Ich fasse es nicht! Er überlebt es. Da kriege ich die Krise, ey. Wenn ich dieses Level jetzt hier nicht mit... Zwei Birds beende, ne? Kann ich meine Angry Birds Karriere auch aufs Kreuz legen. Ja, und du fällst jetzt natürlich nicht um. Alles klar. Ne, das ist ja wohl klar, dass das auch nicht funktioniert. Boah, ich glaube, ich werde nie... Also nie wieder Glück spiele. Ganz ehrlich, das hat nur was mit Glück zu tun. Jetzt geh mal gescheit kaputt da unten, ey. Ich mache das bis hierhin super. Nur der Rest ist halt einfach Reude. Geht's wieder nicht kaputt. Mit dem ersten Schuss, den ich hier jemals in dem Level gemacht habe, habe ich alles perfekt gemacht. Da hat alles wunderbar geklappt. Aber jetzt, wo ich es möchte, wo ich weiß, so kann ich hier ein richtig geiles Ergebnis machen, funktioniert es nicht. Funktioniert es einfach nicht. Das ist also... Das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt fällt der natürlich auch wieder nicht um, ne? Herrlich, ein Traum. Ach, es macht ja so viel Spaß. Wenn der nicht umfällt, wenn ich da nicht durchkomme, dann geht hier gar nichts. Jetzt geht er nicht kaputt, oder was? Ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Einmal mei ich jetzt noch. Fall gefälligst um. Jetzt geht er kaputt. Jetzt überlebt er in der Mitte. Leck mich. Leck mich. Ich habe gerade völlig frustriert, einfach die Aufnahme beendet. Bis ich gerade gerafft habe. Hä, ich habe es ja geschafft. Drei Sterne. Geil. Geil. launden. Geil. Tei. Be workflow motions. Geil. picking. Birultura. ром